Die Geschichte, die ich dir erzählen werde, spielte sich vor vielen Jahren ab. Eines Tages schenkte mir mein Cousin Dylan eine wunderschöne Holzkiste. Es fühlte sich an, als würde ich einen Schatz entdecken. Ist das mein Vater? Deine Eltern sind tot. Ich bin jetzt die einzige Familie, die du hast. Wo ist Polina? Finde sie, und zwar schnell. Polina! Polina. Wer sind Sie? Wir nennen es die andere Seite der Silberleinwand. Bis Mitternacht musst du alle fehlenden Teile des Fotos ausfindig machen. Dieses Foto würde die Wahrheit über deine Eltern enthüllen. Aber wenn du das nicht schaffst, wirst du hier für immer gefangen sein. Hallo? Ich war die Hauptfigur eines Films, der meiner eigenen Fantasie entsprungen war. Willst du etwa kämpfen? Ich brauche alle Teile des Fotos, um meine Eltern zu finden. Er kann uns doch helfen. Was ist das hier? Das ist unsere Freundin Evnika. Das ist deine Teekanne. Zurück! Die Zeit ist um. Jetzt müssen wir aber los, und zwar schnell. Polina! Bringt sie mir wieder her. Tot oder lebendig. Niemand besiegt mich! Ja, hallo. Nicht schießend! Einer Sache war ich mir jetzt sicher. Ich befand mich nicht mehr in der realen Welt. Wer möchte das Blaue probieren? Wer ist das Wasser? Ich bin. Er ist eine anderei Erachter. Ich bin. Und ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017